Und der größte Dank, der geht, wie immer, zu Ihnen nach Hause. Vielen Dank, dass Sie uns auch in diesem wirklich außergewöhnlichen Jahr wieder treu geblieben sind. Dankeschön. Danke. Wir alle wünschen Ihnen morgen einen schönen ersten Advent. Und wir wünschen Ihnen, dass das Friedenslicht bis zu Ihnen nach Hause leuchtet. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Bleiben oder werden Sie gesund. Auf Wiedersehen, Ihr Florian Silbereisen. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein schönes neues Jahr. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein schönes neues Jahr. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein schönes neues Jahr. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Vielen Dank.